Nie ist Licht da, wenn man es braucht. Und man kann keine Lampe im Haus herumschleppen oder überall, wo man was sehen muss. Vergessen Sie Stromkabel! Sie brauchen Mobile Lamp von StarLive. Mobile Lamp ist die brandneue, fortschrittliche LED-Lampe, mit der man Licht ins Dunkle bringt, ganz ohne Stromkabel. Einfach das Touchpanel berühren und drei Leuchtstärken bekommen unglaublich! Und der einzigartige, flexible Hals liefert oben, unten und seitwärts Licht. Keine Steckdose, kein Problem. Mobile Lamp ist ideal zum Lesen an Ihrem Lieblingsplatz, denn sie ist schnurlos. Verwenden Sie sie, wo Sie zusätzliche Beleuchtung brauchen. In der Küche, in der Garage. Sehen Sie nur, keine Steckdose, kein Problem. Und jetzt kann man sogar tief unten und hoch oben etwas sehen. Machen Sie nie einen Fehler, weil Sie nicht gut sehen. Mobile Lamp macht es leichter als je zuvor. Im Schlafzimmer, im Studentenwohnheim, im Auto oder am Grill. Und verwenden Sie Mobile Lamp sogar zum Relaxen draußen in einer lauen Nacht. Manchmal braucht man mehr Licht. Man kann in alle Richtungen ausleuchten, unter dem Spülbecken arbeiten, im Keller nach Werkzeug suchen. Keine Steckdose, kein Problem. Man kann sie sogar bei der Arbeit nutzen. Verwenden Sie das enthaltene USB-Kabel oder legen Sie einfach Batterien ein und Sie haben immer das Licht, das Sie brauchen. Und sie ist ideal für Kinder. Das extrem sichere LED-Licht ist bei Berührung kühl. Und wenn die Beleuchtung ausfällt, ist Ihre Mobile Lamp eine echte Hilfe. Einfach einen kleinen Bereich oder den ganzen Raum ausleuchten. Keine Steckdose, kein Problem. Die geeignete Leuchtstärke der Mobile Lamp ist jedes Mal und überall ganz einfach einzustellen. Sie liefert die genau richtige Leuchtstärke in den Räumen, in die keine Kabel kommen. Mobile Lamp gelangt überall dorthin, wo Sie mehr Licht brauchen. Mit Mobile Lamp nie mehr im Dunkeln sein. Sie bekommen Mobile Lamp und das kostenlose USB-Ladekabel. Hier sofort und zu einem günstigen Preis. Einfach holen und ab zur Kasse!